Guten Morgen! Ich wünsche dir einen schönen zweiten Advent. Und zur Feier des Tages gibt's erstmal einen schönen neuen Gutscheincode. Da muss ich mich erstmal ganz doll bei Sherla 123 bedanken. Ich hoffe, ich hab deinen Namen jetzt richtig ausgesprochen. Sie hat mir in den Kommentaren mitgeteilt, dass es einen neuen Gutscheincode gibt. Der Winter 2018 lautet. Was gibt's dafür? Erstmal einlösen. So? Super, das funktioniert. Dann ab ins Spiel. Und zum Briefkasten? Und jetzt bin ich gespannt. Ein T-Shirt! Ein echt schönes T-Shirt. Es ist sehr frostig. Mir gefällt's. Ich hoffe dir auch. Und du freust dich über das neue T-Shirt. Für Leute, die keine Star Rider sind, ist es bestimmt toll, etwas Neues zum Anziehen zu bekommen. Und wenn du jetzt keine Ahnung haben solltest, wie man Gutscheincode einlöst. Oder es ein Problem gibt, wie zum Beispiel, der Code ist ungültig. Dann seh dir das Tutorial an. Okay, dann sehen wir uns später zu dem großen neuen Video. Bis zum nächsten Mal.